Perfekt. Hä? Ich dachte doch ins Wasser. Hä? Ich dachte so. Ja, ich musste auch nach links und ich dachte auch schon, dass es ziemlich weit war, aber es war doch noch zu wenig. Schade. That was unfortunate. Okay. Und das auch. Ich kann nicht mal, wo der da steht. Alter, und ich habe den Baum vor meiner Fresse. Du kannst ja einfach ein Telefon anschließen können, ne? Ja. Du kannst ja einfach nicht ein Telefon einfach an die Buchse anschließen und benutzen. Nee. Alter, ich das... Geil. Der ist gut. Oh, okay. Ja, ist zu... Elfied natürlich. Bei Seppo. Der kommt mit Charter auch noch Seppo auslacht, ne? Der hat mir der ausholt. Ja, eben. Schon wieder. Nein! Nein! Ich spiel mal ein bisschen mit mir selber. Nein! Nein! Ich bin abgenutzt! Komm jetzt mal! Oh mein Gott! Schottlimit ist Schottlimit ist Schottlimit ist Schottlimit ist